Hallo ihr Lieben, heute geht es mal um meine Perücken. Mich fragen halt echt immer viele, woher ich die habe, wie ich die style und deswegen habe ich gedacht, mache ich mal ein kleines Video dazu. Ich nutze die ja sehr, sehr gerne für Tik Toks und habe auch sehr viele Bilder mit Perücken bei Instagram. Ich muss dazu sagen, ich trage die nicht auf der Straße und wenn ich es mal machen sollte, ist das echt nur für Bilder, weil ich benutze jetzt nicht die teuersten Perücken. Das sind eigentlich echt sehr, sehr günstige. Die meisten kaufe ich bei Amazon, zum Beispiel die habe ich bei Amazon gekauft und die blende ich jetzt mal ein. Die habe ich zum Beispiel bei Xi'in gekauft, also die kommen halt eher aus China. Irgendwann habe ich dann halt auch herausgefunden, wie man die gut zurecht machen kann und dementsprechend, finde ich, sehen die für das Geld, was sie kosten, total gut aus. Also die sind ja echt günstig und deshalb finde ich, ja, die erfüllen halt ihren Zweck. Ich wechsle jetzt mal die Perücke, damit ihr sehen könnt, wie ich die zurechtschneide, wie ich die style, weil die hier ist schon gestylt und zurecht geschnitten. Und ja, ich wechsle jetzt mal die Perücke. Da drunter habe ich immer so eine Kappe, die die Haare versteckt. Und so sieht die Perücke jetzt aus. Totale Katastrophe, weil ich packe die einfach halt immer in die Schublade mit so einem Netz drüber. Die kämme ich jetzt erstmal und zwar mit einer Extensionsbürste. Nicht wundern, danach sieht die Bürste katastrophal aus, weil die halt dementsprechend auch viele Haare verlieren. So, und die haben halt unten immer so Verschlüsse, die man dann zusammen machen muss, damit das halt auch wirklich gut am Kopf hält. So, das ist auch eine von Amazon. Jetzt muss ich noch eine Sache sagen und zwar zum Beispiel die, die ich eben getragen habe. Die ist echt total angenehm. Die könnte ich den ganzen Tag tragen. Die spannt ultra auf den Kopf. Also wenn ich die so eine halbe Stunde anhabe, habe ich halt auch schon Kopfschmerzen. Das kommt halt echt immer auf die Perücke an. Egal, wo ich die bisher bestellt habe. Egal, ob es SHEIN war oder Amazon. Wie gesagt, das ist halt auch keine mega gute Qualität. War es immer unterschiedlich. Man konnte gar nicht sagen, die sind besser oder die sind besser. Das hat echt was mit dem Modell zu tun. Die kämme jetzt nochmal so ein bisschen durch. So. Und bei den meisten Perücken ist das so, wenn man die anhat, machen die direkt den. Also wunderbar, weil man nichts sieht. Deswegen sollte man die jetzt sich halt auch immer ein bisschen zurecht stylen und auch zurecht schneiden. Bitte nicht so eure eigenen Haare schneiden. Also das geht sich jetzt echt nur um die Perücken. Weil wenn ihr da euch verschneidet, ist es echt egal. Aber bitte sowas nicht bei euren eigenen Haaren machen, wenn ihr keine Erfahrung damit habt. So, das ist eine Haarschneiderschere von mir. Eine alte, die nichts mehr taugt. Ich möchte das jetzt so ungefähr auf Mundwinkelhöhe gestuft haben. Ich setze die schräg an und mache so kleine Bewegungen mit dem Daumen. Halt so. Und ziehe das runter. So, dann geht's hier weiter. Wie gesagt, bitte nicht mit euren Haaren machen. Das ist jetzt nicht ein Schnitt, den man mit seinen eigenen Haaren machen sollte. Beziehungsweise generell sich die Haare selber schneiden. Das ist meistens nichts. Dasselbe dann auf der anderen Seite. So, jetzt gehe ich nochmal von hier oben rein. Wie gesagt, bei einer Perücke ist es egal, ob der Schnitt jetzt nicht so hundertprozentig ist. Wenn man die gestylt hat, sieht man sie eh nicht. Und es ist einfach nur damit, man, ja, damit das ein bisschen natürlicher fällt und nicht so nach unten. So, jetzt benutze ich ein bisschen Elnettaschspray. Aber echt nur so ein bisschen. Und benutze dann meinen Dyson. Das kann man auch mit einer normalen Rundbürste machen und mit einem Föhn oder halt mit diesen Rundbürsten, die sich drehen. Manche machen das auch mit einem Glätteisen. Ich muss sagen, ich habe das bei einer Perücke probiert, wo auch drauf stand. Man könnte sie mit einem Glätteisen glätten. Und ich habe es auch ganz runtergestellt. Aber das war eine Katastrophe. Also, habe ich dann angefangen, damit mir die Haare zu stylen. So, ich stelle das erstmal auf kalt und auf eine mittlere Stärke. Und später drücke ich das dann hoch auf diese mittlere Stufe. Und das aber echt nur kurz. Und dann gehe ich wieder zurück auf das kältere. Also, bitte schaut nicht, wie es aussieht, weil ich habe eben die andere Perücke damit gestylt. Deshalb sieht es ein bisschen fies aus. Dann ziehe ich die Haare erstmal so ein bisschen zur Seite. Und setze die Dyson so an, weil ich die aus dem Gesicht haben möchte. Weil das sonst echt nervt. Jetzt mache ich es etwas wärmer. Es wird wieder kalt. Hier ist weiter. Und nochmal. So, das fixiere ich jetzt nochmal mit ein bisschen Haarspray. Und mache dasselbe nochmal mit der Strähne. Ich käme die vorher aber nochmal. Und der Vergleich. Hier hängt es einfach voll im Gesicht. Und hier ist es echt okay. Also, man muss zwar vielleicht mal ab und zu so machen. Aber das stört mich auch generell nicht. Das habe ich bei meinen eigenen Haaren auch schon mal. Also, wie ihr seht, das sieht echt nicht so dolle aus. Und ich finde, die Seite sieht direkt um einiges besser aus. Und so sieht die Perücke dann fertig gestylt aus. Jetzt ist es noch so, bei den meisten Perücken, die ankommen, da sieht man hier immer die Naht. Und ich habe da jetzt schon schwarzen Lidschatten drauf gemacht. Ich zeige euch aber trotzdem mal, wie es geht. So, in dem Fall ist es ja dann schwarzer Lidschatten. Und den tupfe ich dann halt so lang da drauf, bis es weg ist. Und das kann man auch generell noch ein bisschen oben drauf verteilen, damit die Perücke nicht so arg glänzt. Aber wirklich nur in der Farbe, die die Perücke auch hat. Hier finde ich auch nicht mal schlimm, wenn es glänzt. Aber am Ansatz sieht es halt immer ein bisschen blöd aus. Und das war es halt auch schon. Das ist das, was ich mit den Perücken mache. Wie gesagt, das sind jetzt keine teuren Perücken. Aber ich finde, um den Look schnell zu verändern und für Fotos oder TikToks reicht es vollkommen. Natürlich könnt ihr auch mal gerne eure Erfahrungen mit Perücken in die Kommentare schreiben und auch Links. Vielleicht kennt ihr voll den guten Onlineshop, der coole Perücken verkauft und vielleicht auch echte Haarperücken verkauft oder hochwertigere Kunsthaarperücken. Schreibt mir alles in die Kommentare. Einfach eure Erfahrungen und danke fürs Zusehen und ich freue mich, wenn ihr einschaltet beim nächsten Mal.